Und die Pferde aufgestellt und im Preis der aargauischen Kantonalbank ist der Start, der folgt. Ein fast fliegender Start und es ist der Gast aus Frankreich, El Rancho, der erste Mal hier die Pace macht, zusammen mit Raffel Rose. Der erste Sprung vor den Tribünen und wir schicken hier das Feld auf die Reise. El Rancho, Raffel Rose, Gold Street, Swinging Terz, Weihau und Very Merry. Und die Pferde aufgestellt und im Preis der aargauischen Kantonalbank ist der Start, der folgt. So geht es auf die Gegenseite. El Rancho, Raffel Rose, Gold Street, Swinging Terz auf den zweiten Sprung. Gut gesprungen alle Pferde und eine gute Pace legt hier El Rancho vor. El Rancho, Gold Street an zweiter Stelle, Raffel Rose. Es geht auf den dritten Sprung von zwölf. El Rancho, Gold Street, Kopf, Kopf, die beiden. Jetzt übernimmt hier Gold Street die Spitze. Das war etwas zu langsam für Dennis Schirgen und Gold Street. Und jetzt geht es hier auf die Gerade, angeführt von der Favoritin Gold Street. Gold Street, El Rancho, Raffel Rose, Swinging Terz, Weihau auf Abwarten geritten und Very Merry. So kommt das Feld erneut auf die Gerade, angeführt von der Favoritin Gold Street. sauber gesprungen auch die drei. Hier der schwere Fehler von Raffel Rose. Gut korrigiert vom Reiter und Swinging Terz, Very Merry und Weihau. Vorne aber schauen Sie sich das an. Gold Street, wie wir sie kennen, die Dominatorin über die Hürden lässt hier nichts anbrennen. Gold Street. Auch leicht gezögert und ein Fehler für El Rancho. Was geht hier noch hinten? Raffel Rose, Very Merry, Swinging Terz und Weihau weit zurück vom Führenden, respektive der Führenden, der Stute Gold Street, die hier allein auf weiter Flur mit 20 Längen geht sie hier auf die letzte Runde, hier vor die Tribünen. Im Preis der aargauischen Kantonalbank ist das eine Demonstration von Gold Street und Dennis Schürgen. Noch eine Runde. Gold Street. Schauen Sie, wie das Pferd springt. Was für ein Jumper. Da kommt niemand mehr, im Moment zumindest. El Rancho, Very Merry, Raffel Rose, Swinging Terz und Weihau. Weihau versucht jetzt hinten noch etwas Bodengut zu machen mit dem Höchstgewicht. Keine einfache Sache, aber allein auf weiter Flur, auf der Gegenseite Gold Street. Und springt von A bis Z sauber. Hinten der Pulk jetzt, die vier Pferde, die um die Plätze kämpfen. Zwei, drei, vier und fünf, wo es noch Geld gibt. Und da hat Weihau jetzt das bessere Ende. Weihau hat es geschafft. An zweiter Stelle dann Very Merry, El Rancho, Raffel Rose und Swinging Terz. Aber vorne ist es Gold Street. Man kann es nur geniessen, diesen Einlauf hier. Mit Gold Street und Dennis Schürgen. Die passen auch perfekt zusammen. Hinten macht Weihau viel Bodengut. Schauen Sie sich diesen Kämpfer an. Weihau. Der zwölfjährige Wallach hier macht extrem viel Boden gut. Und Gold Street wird nicht schneller vorne. Gold Street und Weihau. Hier kommt Weihau noch gut auf. Aber das wird Gold Street ins Ziel retten, diesen Vorsprung. Gold Street, Weihau nur noch vier Längen zurück. Was für ein Kämpfer. Weihau, Very Merry, El Rancho, Raffel Rose und angehalten worden ist Swinging Terz. Wir sind jetzt. Auch hier hat man gesehen, die Gefahr ist immer. Wenn ein Pferd so weit führt, dass man hier in eine Fastlethargie verfällt und denkt, da kann nichts mehr passieren. Weihau hat uns eines Besseren belehrt, hat nicht mehr ganz gereicht, aber am Schluss fehlten nur noch vier Längen zu Gold Street. Und da kann man nur sagen, was für eine Demonstration der achtjährigen Stute von Claudia Schorno. Aber bevor wir hier zur Siegerehrung kommen. Wollen wir hier auch Very Merry verabschieden. Und die ist